Wo sind die Waffeln, Digga? Also ganz ehrlich, ich beiß jetzt auch einmal einen. Oh! Oh Gott, ich krieg schlug auf den Boden! So, Freunde, ich wollte die Spannung hier eigentlich noch ein bisschen länger aufbauen, aber der Grund, warum ich in Berlin bin, läuft gerade in einer Gimbal-artigen Bewegung auf mich zu. Oh, Stefan! Geht's mir gut? Wie so zwei YouTuber? Larrys, Alter, sind sie hier beide mit den Camps? Also ich würde jetzt vorschlagen, wir suchen uns ein entspanntes Plätzchen, dann schenken wir noch mal, was wir heute machen und dann würde ich sagen, können wir das den Leuten auch noch machen. Dann nehmen wir das den Zuschauern, weil ich habe mir den Zuschauern auch noch nicht erklärt, worum es geht. Ja? So? Perfekt. Also jetzt nochmal ganz in Ruhe, wir sind jetzt hier gerade wie gesagt im Kfz von Stefan und wir sind schon an der ersten Location angekommen, aber worum geht's denn überhaupt? Wir haben letztes Jahr schon ein Video zusammen gedreht, das habe ich euch auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr jetzt schon, wenn ihr das kennt, ungefähr erahnen, in welche Richtung es jetzt geht. Dieses Video ist gesponsert von LoopDeck. Ursprünglich war LoopDeck mal eine Tastatur für Lightroom. Inzwischen haben sie das Ding extrem weiterentwickelt. Das hat Touchscreens und man kann es für ganz viele verschiedene Programme benutzen. Wir sind jetzt bei zwei Spots, also jetzt sind wir im ersten Spot bei Stefan und danach schieben wir einen Spot meiner Wahl in Berlin hier. Und am Ende fahren wir zu Stefan und werden die Bilder auf Zeitdruck und ich überlege mir noch irgendeine andere Challenge. Vielleicht ist mir dabei noch ein Gedichtaufsagen oder so. Ich habe jetzt eher so an Chili-Schoten-Essen gedacht. Oh ja, geil! Jetzt geht es erstmal los. Stefan schuldet hier seinen ersten Shot. Ich bin mal gespannt, was der Junge sich überlegt hat. Let's go! Wichtiger Moment für Stefan ist der Spot ausreichend. Boah, wild! Was sagst du? Saugeil, oder? Ich krieg das gar nicht rauf mit 24, doch einigermaßen. Ein bisschen. Ich habe 14mm dabei und jetzt Stativ genau hier in die Mitte gestellt. Ich fliege direkt nach oben. Ich sehe jetzt noch nicht das Flugzeug, was da durchfliegt, aber das kommt dann bestimmt. Wenn ich zwei Minuten zum Bearbeiten habe, dann lassen wir das Flugzeug, glaube ich, eh raus. Vielleicht raus. Ganz, ganz krassen ONGs von euch erkennen, dass ich hier in der Location vor drei Jahren habe ich hier Framed gedreht. Vor dreieinhalb Jahren mit Amon damals. Ganz heftigen Day-Rolls erkennen das auf jeden Fall. Wir sind hier auch professionell machen, Stefan, oder was? Ich probiere es. Hast du hier ein Stativ dabei? Bist du irgendwie besser als ich mit deinem Stativ jetzt hier komplett gelevelt? Sympathisch. Mega nice. Ich glaube, ich habe meinen Shot tatsächlich schon. Wirklich? Also ich glaube, ich mache das jetzt noch einmal mit Filter. Ich würde das Ganze nochmal mit einer Langzeit-Belichtung machen. Wie ist denn das Bild der Auszeit bei dem Lachs? Schaut mal rein, ja. Ah ja, Freunde. Wie das hier zustande kommt, seht ihr dann mit Stefan auf. Wir fahrt das hier schon mal geil aus. Wir sind jetzt? Bei den Parkhauses. Ne, Rathaus. Moin, meiste. Rathaus-Passagen. Und bei dem Sport, ich kann nicht mal einen Shot einblenden, war ich so vor drei Jahren. Stefan, da musst du mich dann festhalten, ne? Wie gesagt, maximal Abendbruch. Okay, Mama freut sich auf jeden Fall, wenn das nicht klappt. Ich möchte mal ganz kurz von dir wissen. Glaubst du, dass du mit dem Shot gewinnen kannst? Das ist eine Tatsache. Okay. Ich würde sagen, die Vergangenheit spricht für mich. Letztes Jahr habe ich das Ding gewonnen. Ich sehe jetzt keinen Rückschritt von mir. Sympathisch auf jeden Fall. Sympathisch von mir. Der Shot noch nicht mal gemacht? Ja klar. Seid auch überhaupt nicht gesehen. Sympathisch. Ich bin gespannt, wie sieht es aus. Whip, 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 whip. Oh ja. Oh ja. Es ist doch tatsächlich sehr ähnlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich würde mal schätzen, es sind schon so 15 Meter sowas in die Richtung. Ich habe richtig gut Schiss. Ich habe sowas so lange nicht mehr gemacht, Freunde. Aber anscheinend muss sowas ja sein. Bevor ihr euch bei sowas runterhängt, habt immer jemanden, der da aufpasst. Das ist super risky und eigentlich macht sowas nicht. Das ist so insane gefährlich so. Da kann so viel Schicht gehen, wenn uns da runterhängt. So, Freunde. Also wie gesagt, passt bei sowas natürlich wirklich immer auf. Ich musste, weil das auch so unfassbar dreckig war, das erstmal auch mit ein bisschen Handtuch abdecken. Wie ihr seht, ich habe mir so einen Rucksack umgeschnallt, wo dann Stefan zu jeder Zeit mich festgehalten hat. Aber nichtsdestotrotz, sicher macht es das natürlich auch noch nicht. Es ist trotzdem immer noch eine gefährliche Aktion. Also passt auf jeden Fall auf. Ich habe die Bilder mit dem 14 Millimeter und der Nikon von Stefan gemacht. Wie die ausgesehen haben, das werdet ihr ein bisschen später noch im Video sehen. Um da hier mal ein bisschen die Spannung aufrecht zu erhalten. So, da sah das Ganze für mich auf jeden Fall aus. War auch, für mich musste ich erstmal wieder in diesen Vibe reinkommen auf jeden Fall. Aber unterm Strich macht mir sowas natürlich auch Bock, in solchen Situationen die Shots zu holen. Hier haben wir nochmal ein Thumbnail für Stefan gemacht. Und dann ging es auch erstmal weiter mit dem Editing. Stefan, ich habe eine wichtige Sache, die ich bitte machen möchte, bevor wir jetzt ins Editing kommen. Ich möchte noch ein süßes Kaltgetränk bitte erwerben. So, das meinst du jetzt. Ich dachte, du würdest sagen, dass man das nicht nachmachen soll, was du da machst. Das ist egal. Ein paar Sekunden später. Heißt, Karamell, Swirl, Latte, Vanilla. Genau das, Stefan. Sehr, sehr weh. Man, man hat das. Man hat das. Man hat das. So, Freunde. Und damit sind wir hier im Headquarters vom Stefan angekommen. Wie ihr sehen könnt, das kennt ihr vielleicht schon aus dem Video, was wir letztes Jahr zusammen gedreht haben. Ich habe hier schon Sachen in der Hand. Ich werde euch jetzt sagen, was es damit auf sich hat. Folgendermaßen. Jetzt geht es natürlich darum, die Bilder, die wir geschossen haben, jeweils zu bearbeiten. Das ist logisch, ne? Wie viel Zeit haben wir dafür? 2,5 Minuten, haben wir gesagt. Wir haben 2 Minuten und 30 Zeit. In welchem Programm machen wir das? Nur in Lightroom. Wir machen das nur in Lightroom. Machen wir das mit Maus und Tastatur? Nein. Nein. Wir machen das mit Loop Deck. Und zwar mit dem neuen Loop Deck. Ich werde euch das nochmal ganz genau am Ende des Videos zeigen. Genauso wie das Gewinnspiel, meine Freunde. Ihr könnt nämlich einmal bei dir auf dem Kanal und auch natürlich bei mir ein so ein Ding für roundabout 500 Euro gewinnen. Richtig fette Gewinner auf jeden Fall. Also da lohnt es sich bis zum Ende dran zu bleiben. Es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben. Hört auf das, was der Mann hier neben mir sagt. Ich bin alt und weise im Gegensatz zu dem. Gut. Nein, seid dafür verdrannt. Die Sachen, mit denen ich jetzt hier die ganze Zeit rumforsche, sind einmal Tabasco und einmal Schotenmoden. Wir haben 2,5 Minuten. Wir haben das Loop Deck. Und soll ich mal einen kleinen Test machen, wie toll das ist? Wobei, wie gesagt, die Kerne sind ja im Endeffekt das scharfe. Und wenn du das vorne in die Spitze reinbeißt, vielleicht ist das dann einfach nur wie so eine Paprika. Aber ich denke mal, wenn dir jeder ein so ein komplettes Ding vorher essen... Bist du wahnsinnig? Meinst du nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Ich beiß jetzt einmal in sowas vorne rein. Okay, mach mal. Ich hab gar keinen Bock. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Warum hab ich mir das ausgedacht? Auf gar keinen Fall das ganze Ding. Auf gar keinen Fall. Ist das scharf? Bist du schärfempfindlich? Sag mal. Seien wir ehrlich, ich bin auf jeden Fall sehr schärfempfindlich. Also ich würde sagen, jeder von uns nimmt so viel. Sieht man das? So viel nimmt jeder von uns. Ja, aber wenn die ganze Schärfe da oben drin ist, dann ist das hervor. Dann vielleicht auch nicht so viel. Ich glaube tatsächlich, dass die ganze Schärfe da oben drin ist. Weil da sind doch die Kerne, oder? Das müssen wir jetzt auch brechen einmal. Mach mal. Weiß mal da rein. Bitte lasst mir wieder einen Daumen nach oben da. Ja, wirklich. Abonniert gerne rein. Das lohnt sich. Ja, Leute. Geil. Wo sind die Waffeln, Digga? Also ganz ehrlich, ich beiß da jetzt auch einmal rein. Also ganz ehrlich, ich beiß da jetzt auch einmal rein. Oh! Oh! Oh Gott, ich schluck auf das Wort. 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 In dem Sinne, darf man werden uns auf jeden Fall was reinfahren. Oh! Wenn ihr sehen wollt. Hier wird abend jetzt die Bilder bearbeiten. Bleibt dran, denn das kommt jetzt. So Freunde, wir sind jetzt wie gesagt am Bearbeiten der ganzen Aktion. Wir haben gerade schon für Stefan den Teil abgedreht. Checkt das natürlich sehr gerne aus, war sehr witzig. Ja, definitiv. Ich habe mich ein bisschen vertan, aber das könnt ihr dann bei ihm sehen. Jetzt geht es worum? Zeig die beiden Babys mal bitte einmal. Wir haben uns jetzt auch wieder erholt, sag ich mal. Wir haben hier noch zwei wundervolle Chili Choten. Chili Choten. Chili Choten. Und da würde ich sagen, weil wir haben das ja gerade eben ausprobiert, ihr habt es ja gesehen, das ist unfassbar eklig. Das war richtig krass. Wir schneiden aus jeder Schote hier oben quasi, weil hier ist die schärfste Stelle, weil hier sind die meisten Kerlen drin. Ja, macht Sinn. Hier schneiden wir jeweils so ein Stück raus. Und man muss vorm Edit essen und man darf auch dabei nichts irgendwie neutralisierendes trinken. Nein, erst danach. Wie auch immer, du wirst einfach diese zweieinhalb Minuten sterben. Ich blende jetzt einmal bitte das RAW ein, was ihr sehen werdet, was zur Bearbeitung steht, was wir mit dem Loop Deck bearbeiten werden. Das seht ihr jetzt, die Regeln kennt ihr. Dann würde ich sagen, wir schneiden es mal einmal. So groß meine Freunde sind die Dinger dann. Ja, ja. Hops genommen, Freunde. Schon wieder. Hops genommen. Oh, ich werde so sterben, ne? Auf jeden Fall. Gott, fuck man. Ich habe gar keine Lust. Stefan! Alles fürs Video. Stefan! Stefan! Gewinner. Und Zeit läuft. Oh Gott. Oh fuck. Ich kann auch das Reden für dich mal nehmen. Der Junge zieht die Lichter hoch. Jetzt kommen die Tiefen runter. Die Tiefen kommen runter. So, was passiert? Kontrast hat er reingedreht. Er dreht weiß. Auf jeden Fall auf den Anschlag rein. Jetzt geht Schwarz runter. Schwarz geht runter. Die Frage ist, ob ihr den Kopf vergisst. Weil den darf man nicht vergessen. So, was passiert als nächstes? Gerade kann ich nicht genau sehen, was er macht. 35 Sekunden sind um. Okay, da geht jetzt ein saftiger Orange Teal rein. Bis dato alles, was ich sehr ähnlich machen würde. Er zieht im Schatten. Okay, krass. Er will den Schatten ein bisschen blauer einfilmen. Das sieht geil aus. By the way. Feier ich. Ja, mag ich auf jeden Fall. Und in die Lichter. Es ist eine Minute um. In die... Hoppala. In die Lichter zieht er ein bisschen... Oh, ich verdeck die ganze Zeit. Ähm, lila. Ne, pink. Magenta. Rein. So, was passiert als nächstes? Gib mal deinen Kopf. Eine Minute 20. So, gefällt dir? Finde ich gut. Werde ich genauso machen. Jetzt, äh... Ah ja, da ist anscheinend die Maus erlaubt. Okay, das muss ich jetzt gar nicht. Ähm... Da musst du jetzt erstmal nochmal natürlich den Filter anpassen. Das kostet gerade Zeit. So einen Filter jetzt anzupassen, das kostet natürlich Zeit. Ne, das ist klar. Ähm... Struktur auf komplette... Komplette Maschine. Zieh da einfach rein. Kleines Zeitupdate kommt jetzt. Wir sind bei... Noch nicht ganz für zwei Minuten. Ähm... Du hast noch ein bisschen was. Wir sind bei zwei Minuten, Chef. Wir sind bei zwei Minuten. Äh, der Bruder macht das auch nur noch mit einer Hand. Weil die zweite... Es geht aber nicht. Nur noch Schmerzen anblendern. Ich muss noch mal hier in die... In die Situation rein. Ist denn die Vignette schon so krass und du hast ja gar nichts gemacht, oder? Doch, ich hab gerade die Vignette reingezogen. Okay. Zehn... Neun... Acht... Sieben... Sechs... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Time's up! Ja. Oh Leute... Ey, sorry, dass ich jetzt gar... Boah, das sieht geil aus. Nichts gesagt habe, aber... Oh, es brennt einfach so krass. Das musst du bei mir jetzt auch machen. Ich hab deine Hicke aber ein bisschen vermisst. Aber ich zeig mal ganz kurz vorher nachher hier. So sah das Feuer aus. Stark! Stark! Ja, ich bin... Muss ich sagen auch... Relativ zufrieden. Oh, Alter, es brennt die Ratschen hier. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und an dieser Stelle... Guter Shot, muss ich sagen. Guter Shot. Danke dir. Du bist dran. Oh, scheiße. Es ist mein Turn, ich bin dran. Hast du die Stop-Wur, Stefan? Ich hab die Stop-Wur. Ja, alles gut. Kannst du... Nein, bitte. Ich möchte ein aufgeregtes Live-Kommentary dazu haben. Okay. Ich möchte mit viel Energie. Wir sind jetzt hier grad im Büro bei mir zu Hause. Und gleich wird Paul Südo genau diese Chili-Schote hier essen. Es ist unfassbar, wie viele Herren hier drin sind. Oh nein. Komm, tu es. Nein. Nein. Stefan, ich will nicht. Nein. Drei, zwei, eins, go. Okay, los geht's. So, Paul fängt an hier... Oh mein Gott. Er kann nicht viel reden, glaube ich. Das ist jetzt echt scharf. Man sieht es jetzt schon. Aber Paul fängt an hier mit dem 4 zu 5. Oh mein Drachen, Alter. So. Der Kontrast geht nach oben. Die Lichter. Ja, da hat er sich ein kleines bisschen nach unten gedreht. Oh, ich bin unsicher. Was mach ich denn, Junge? Die Tiefen dreht er grad nach oben. Ja, ja. Da kommt die Schärfe durch. Da kommt die Schärfe durch. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Bitte, du musst alles sagen. Ich kann gar nichts sagen. Alles gut. Ich bin dabei. So. Er fängt als nächstes an. Okay, jetzt gehen die Tiefen doch nochmal nach unten. Ach nee, das ist ja Shadows. Ich will doch White. Oh. Er dreht die Weiß-Töne sehr stark nach oben. Also das wird auf jeden Fall sehr kontrastreich, das Bild. Das sieht man jetzt schon. Die Schwarz-Töne gehen weit nach unten. Also Weiß stark nach oben, Schwarz stark nach unten, Kontrast nach oben geballert. Oh, jetzt fängt er noch an mit der Temperatur. Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Das macht ein bisschen kühler, das Bild. Sieht gut aus. Ähm. Okay, jetzt ist es genau der gleiche Meister und gleich wie vorne. Wirklich? Ja. Das ist scheißig. Ist egal. So. Eine Vignette setzt du auch mit rein. Was sag denn die Zeit? Gib mir mal bitte eine Zeit. Du bist bei knapp über einer Minute. Ähm. Du hast also noch eine Minute und 20 jetzt. Ähm. So, jetzt geht er die Kamerakalibrierung rein. Und dreht als erstes mal... Rot ist überhaupt gar nicht im Bild. Scheißegal. So. Jetzt die Primärwerte blau, die dreht da auch weiter nach links. Scheiß, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich bin überhaupt... Sag mir mal bitte eine Zeit. Eine Minute 30 jetzt gleich. Also du hast noch eine Minute Zeit. Okay. Jetzt geht er in die HSL Tabelle rein und fängt an in den Blautönen den Farbton zu verstellen. Pack die ein bisschen mehr Richtung Glieder. Jetzt die Orangstöne gehen ein bisschen mehr Richtung Rot. Ja. Dadurch wird die Farblichkeit der Hose nochmal ein bisschen verändert. Äh. Jetzt dreht er die Sättigung bei den Orangstönen noch ein bisschen runter. Ja. Und bei den Gelbtönen komplett. Okay. Gelb habe ich komplett entsetzt. Ja. Ja. Ticken Blau rein. Was sagst du mir immer mit der Zeit? 2 Minuten Marke. 2 Minuten Marke. Ja. Jetzt überschritten. Du hast also noch genau 30 Sekunden jetzt. So. Jetzt geht er hier rein. Schärft das Bild noch ein bisschen. Siehst du das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Ich habe ordentlich nachgeschärft. Ja. Ist das Bild unscharf geworden? Äh. Es ist ganz recht unscharf. Ich gehe hier mal einmal rauf. Darf ich mal einen reinziehen? 15 Sekunden. Du darfst einen reinziehen. Alter. Bro. Bro. Nee. Okay. Raus. Weg damit. Ich habe das jetzt nicht mehr, das einzustellen. Du hast noch 7 Sekunden. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Scheiße. Und Stopp. Soll ich dir mal ehrlich was sagen? Meine Schule ging fit so. Okay. Das war jetzt ein bisschen pikant. Aber das ging viel zu doll scharf. Also viel zu doll fit. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Also Freunde. Während die Spannung steigt, wer das Ding nach Hause geholt hat. Was ihr gleich sehen werdet. Wer hier der ultimative Gewinner. Und es wird einen Gewinner geben. Wer hier das Ding nach Hause holt. Also ne. Das werden wir gleich sehen Freunde. Gerade läuft noch die Zeit für die Abstimmung. Um mich einmal zu sagen. Wie ihr denn jetzt so ein Loop Deck gewinnen könnt. Also bei Stefan und bei mir jeweils in der unten in der Videobeschreibung. Ist der erste Link der Link zum Newsletter. Ihr könnt euch bei dem Newsletter einfach anmelden. Und wenn euch dann angemeldet habt beim Newsletter. Dann seid ihr quasi schon im Rathel mit dabei. Loop Deck wird dann einen Gewinner ausküren. Und dann jeweils ein Device sozusagen an den glücklichen Gewinner verschicken. Also mehr müsst ihr gar nicht machen. Einfach beim Newsletter anmelden in der Videobeschreibung. Wenn gut ist. Allgemein zum Loop Deck war ich echt überrascht. Wie schnell ich mich auch in das Ding einarbeiten konnte. Wie krass die Steigerung zum V1. Also zum Vorgängermodell war fand ich. Es ist noch slicker geworden. Das Design ist übelst geil. Das kannst du dir übelst geil auf den Tisch schauen. Ich finde das sieht mega nice aus. Mittlerweile ist es auch so, dass ihr mit dem Newsletter dieser Generation nicht nur in Lightroom arbeiten könnt. Sondern ihr könnt es auch für Photoshop, Premiere oder andere Adobe Produkte benutzen. Ihr könnt euch außerdem Custom Profiles zusammenstellen. Und damit so selber individualisieren wo welcher Knopf sein soll. Oder irgendwelche Shortcuts oder falls ihr an irgendwelche anderen Sachen gewöhnt seid. Könnt ihr das individualisieren. Sehr nice. Das ist auch noch mit anderen Produkten außerhalb der Adobe Cloud verfügbar tatsächlich. Und jetzt gucken wir mal rein wer das Ding nach Hause geholt hat. So Freunde. Wir haben jetzt Zeit vergehen lassen. Circa 20 Minuten. Wer wird die Abstimmung gewonnen haben. Das werden wir jetzt daraus finden. Wer guckt zuerst? Guckt zuerst. Ich soll zuerst gucken? Ja. Okay. Nein, 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 nein. Sag es mir kaum. Es ist am Ende. 103 zu 79 Ausgaben. Relativ eindeutig wie ich finde. Aber für mich. Ja. Mann, warum? Warum hast du denn schon wieder gewonnen? He's worn out. Also entweder Ausgleich oder Win. Stimmer kann es schon mal nicht mehr werden. Entweder kriege ich einen Ausgleich, das ist der Worst Case. Oder ich will direkt den Win. Wollen wir noch ein bisschen warten? Nee. Hab ich gewonnen? Ich will, dass das von dir zählt. Also. Stimmt für 1. 604. Stimmt für 2. 600. 1. Ich bin 2. Du bist 1. Das heißt wir stehen jetzt 1-1. Aber ich hab gewonnen? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3 Stimmen. Alter. Scheiße. Das heißt es haben über 1200 Leute abgestimmt und dann sind es 3 Stimmen unterschiedlich. Jetzt ist Ausgleich. Zum Beispiel jetzt ist Ausgleich. Ja Pech. Ne, 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 ne. Ich hab gewonnen. Okay. 1 zu 1. Nein, nein. Jetzt wird entschieden. Was für 4er Wettkampf. Jetzt machen wir wer die größte Schote essen kann oder sowas. Okay. Ich hab ne Idee. Wir machen jetzt einen 30 Sekunden Timer. Und wer dann bei meiner Abstimmung vorne oder hinten ist. Das ist der Untertitel. Ey nein. Auf keinen Fall. Warum nicht? Hä wieso? Das wird ein längeres Ding auf unseren beiden Kanälen. Und das ist jetzt gerade wer die zweite Runde davon jetzt gewinnt oder verliert. Guck rein, guck rein, guck rein. 1 Sekunde. Zack. Reingucken. Warte einmal Instagram. Ja. Auf und zu. Ich war Bild 1 oder Bild 2? Du bist Bild 1. Also du bist quasi auf der Seite. Mhm. Ach. Ey komm. Das ist doch so lächerlich. Hä? Hä? Das ist so lächerlich. Hä? Warte nochmal. Warte nochmal 50 Sekunden dann ist es wieder anders raus. Ah ja. Damit ist der ultimative Gewinner gekürt. Nach nem spannenden 1 zu 1 Stefan. Ne du hast auch gut gespielt. Du hast gut gespielt. Man muss einfach auch leben und leben lassen. Schäfer. Freunde, das soll es mit dem Video an der Stelle auch schon gewesen sein. Checkt den Link unten in der Videobeschreibung dafür ab. Checkt natürlich auch Stefan allgemein ab. Wie gesagt, wer bessere Edits hat, hat mir keinen Spaß. Ist gut, dass ich die Lightroom-Tutorials rausbringe. Ja. Ich hoffe, dass es nicht ein Jahr dauern wird, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich hoffe auch nicht. Freunde, lasst dem Video natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da. Checkt Instagram ab, Spotify, den Podcast und so weiter und so fort. Abonniert natürlich gerne rein, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann würde ich sagen, war es das auch schon von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.